das mit dem halloween war ein witz wie jimmy schon mal bei euch gesagt hat wir sind die prank bros also das mit harry das mit halloween feiert gerne kenne ich halloween ich hänge nur so gerne gerne sachen auf aber ich feiere kein halloween ich mache es auch nicht ernst dass ich mich dings verkleide und so dass ich mich auch heißt es jetzt als zombie schminken lasse das war alles mein spaß leute ich würde sagen it's a prank